Es geht um uns, nicht um uns in den Business, Anzügen oder Kostümen, es geht um einen besseren Weg für unser Land. Es geht um faire Bezahlung und um gerechte Besteuerung. Es geht um Klimaschutz, der Arbeitsplätze schafft und nicht um irgendeine Utopie. Es geht darum, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ihre Arbeit, ihren Job gern und gut machen, auch ordentlich zu bezahlen. Es geht nicht um jeder gegen jeden und auch nicht um von hier oder von woanders. Es geht um uns und um einen besseren Weg in die Zukunft für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Ich will diesen Weg mit euch gemeinsam gehen, aus Respekt für dich, mit Kompetenz für Deutschland. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.